Freunde, ich hab da was für euch und zwar ein Samsung Galaxy Alpha. Soweit nichts Neues, ich habe es ja bereits ausgepackt, aber heute wollen wir mal sehen, was und ob überhaupt das Ding zum Zocken taugt. Laufen die Spiele auch unter höchsten Grafikeinstellungen flüssig? Wie warm wird es wirklich und wie macht sich der Lautsprecher? Außerdem schauen wir uns mal ein bisschen die Blickwinkel an. All das finden wir nun also heraus, ich wünsche euch viel Spaß. Vier Spiele habe ich uns heruntergeladen, im Hintergrund habt ihr eventuell schon die ein oder andere Szene gesehen. Asphalt 8, Airborne, Dead Trigger 2, Shadowgun Deadzone und Temple Run werden wir uns ansehen. Alle Spiele laufen natürlich auf maximalen Grafikeinstellungen, auch wenn die Autoerkennung des Spiels es nicht immer gleich ausgewählt hat. Und damit haben wir auch schon genug eingeführt, kommen wir mal zu ein paar Tatsachen. Nicht alle vier Spiele liefen problemlos. Bei Shadowgun lief alles gut, bei Temple Run lief alles gut und auch bei Asphalt 8 gab es keine Probleme. Dann aber wechselte ich zu Dead Trigger 2, um mir die Grafikeinstellungen anzuschauen und gegebenenfalls hochzudrehen. Sie wurden automatisch auf Mittel geregelt und es zeigt sich auch relativ schnell, woran das liegt, denn es kommt regelmäßig zu kleinen Rucklern. Bedeutet, wenn ihr den Spaß voll auskosten möchtet, dann spielt auf der Mittelstufe und dann habt ihr auch wirklich was zu tun. Was dabei auffällt, ist die Wärmeentwicklung, die nach einigen Minuten eintritt. Sie stört nicht und es wird auch nicht heiß, bei weitem nicht heiß, sondern es bleibt bei einer wirklich angenehmen Temperatur. Das verdanken wir wohl auch den verwendeten Materialien. Gerade Alu-Smartphones fallen sich da ja gerne mal anders, beziehungsweise leiten die Wärme einfach besser weiter. Die gummierte Rückseite lässt sich, zumindest lässt sie gefühlt, nicht so viel Wärme durch. Eine Sache gibt es dann aber, die mich wirklich nervt und zwar sehr, das ist der Lautsprecher. Er klingt jetzt nicht unglaublich schlecht, ist zu leise oder zu blechern oder sowas. Das Problem ist die Positionierung. Er sitzt an der Unterseite und es macht einfach keinen Spaß mit Ton zu zocken. Es ist dasselbe Problem wie beispielsweise beim iPhone 6. Der Ton kommt nur von einer Seite und das macht gleich so wenig Spaß, dass ich den Ton komplett weglasse oder Kopfhörer nutze. Er ist einfach ein Graus und auch Samsung sollte endlich auf Dual Front Lautsprecher setzen. Bitte Samsung. Und wenn das nicht klappt, dann haut wenigstens einen zweiten Lautsprecher an die Oberseite oder sowas. Aber das ist echt nicht schön. Und damit wären wir dann auch quasi schon fertig und fassen noch einmal alles zusammen. Nicht alle getesteten Spiele laufen mit höchster Grafikeinstellung flüssig. Die Wärmeentwicklung hält sich in Grenzen und den Lautsprecher lassen wir am besten mal raus aus der Zusammenfassung. Die Blickwinkel sind gut, haben wir gerade bei Temporun gesehen und ich hoffe ich konnte euch mit dem Video ein bisschen was helfen. Falls ihr noch Fragen habt, immer her damit. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.